Die Autoren des Roter Wanderführer Eifel, Dieter Siegers, Maria und Wiener Dreitz, beschreiben 70 Touren aus der Eifel, Hohes Fenn, Luxemburgische Schweiz und der Mosel. Unsere Rundtour um die Bunt-Sandsteinfelsen von Niedegen wird hier auf drei Seiten beschrieben. Diese Felsen sind bei Gläntern sehr beliebt. Gleich auf den ersten Seiten präsentiert sich das Inhaltsverzeichnis mit seiner guten Aufgliederung. Die Top-Touren, insgesamt zwölf, werden deutlich hervorgehoben. Die Einleitung jeder Tour umfasst den Ausgangspunkt, Anfahrt, Höhenunterschied, Anforderungen, Einkehr, Variante und Hinweise. Eine kleine Übersichtskarte zeigt den Gesamtverlauf der Tour, die mit einer Zeit von 3 Stunden und 50 Minuten angegeben wird und enthält weitere Wegpunkte mit Hinweisen. Diese kleinen, detaillierten Wanderkärtchen sind im Maßstab 1 zu 25 bzw. 1 zu 50.000. Die Wegpunkte werden im Text, der kurz und übersichtlich ist, hervorgehoben. Höhenmeter-Angaben werden mit einer kleinen Grafik dargestellt. Der Tourenführer Eifel umfasst 271 Seiten und ist mit 172 Fotos der Autoren versehen. Die erwähnten GPS-Tracks kann der Leser auf der Internetseite des Verlages kostenlos downloaden. Die Burg Niedeggen besteht seit mehr als 800 Jahren und ist immer einen Ausflug wert. In einem der nächsten Videos stellen wir den Roter Wanderführer Ardennen vor. Bis dahin, gute Gesundheit!